Der Bunker ist nach außen hin vollständig isoliert. Eine Schachtel in einer Schachtel. Ein halbdurchlässiger Spiegel aus Panzerglas. Das Ganze ist unmöglich zu entdecken. Warum stellen Sie ihn nicht auf die Probe? Erteilen Sie ihm eine kleine Lektion. Das ist nicht leicht. Ich war nicht stark genug, es dir persönlich zu sagen. Ich verlasse dich. Adrian! Ich liebe dich sehr. Bitte suche mich nicht. Und hasse mich nicht. Finden Sie es nicht ein bisschen übereilt, dass er was mit Ihnen angefangen hat? So kurz nachdem seine Freundin verschwunden ist? Eifersüchtig? Ich glaube, hier ist ein Geist. Adrian! Es war das größte Meisterwerk meines Mannes und sein dunkelstes Geheimnis. Ich freue mich wirklich. Ich liebe dich. Alles wird sicher sein. Ich freue mich. Und zeich. Das ist les überится. Danke für meine Freundschaft! Vielen Dank.